Guten Tag, mein Name ist Daria. Das ist mein Lieblingszungenbrecher. Kein Kleinkind kann Kirschkerner knacken. Kirschkerner kann kein Kleinkind knacken. Und jetzt möchte ich Ihnen zwei Gedichte von Johann Wolfgang von Goethe vortragen. Hören Sie mir bitte zu. Johann Wolfgang von Goethe Wann das Nachtlied? Ein gleiches Über allen Gipfeln ist Ruh. In allen Wipfeln spürst du kaum einen Hauch. Die Vöglein schweigen im Walde. Warte nur, Walde, wo ist du auch? Und jetzt das zweite Gedicht. Johann Wolfgang von Goethe Für ähnlich Denn was der Mensch in seinen Erdesschranken Von hohem Glück mit Geldnamen nennt. Die Harmonie der Träume, die kein Banken. Der Freundschaft, die nicht Zweifelsorge kennt. Das Licht, das Beißen, nur zu einsamen Gedanken, das Dichter nur in schönen Bildern brennt. Das hatte ich all in meinen besten Stunden in ihr entdeckt und das für mich gefunden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. emphasizing Bedeie